Ja, grüß euch, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 im Land der Mameluken, ja der Pyramidenbauer, wobei die wurden ja von den Aliens errichtet, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir sind zurück im Mamelukenreich und unserem großen Mamelukenreich, wir haben ja hier etwas expandiert gen Westen und ja, haben starke neue Bündnisse mit Frankreich, auch wenn Frankreich gerade im Krieg ist, aber ich denke, das war toll, dieses Bündnis, richtig stark aktuell Frankreich, Österreich, Ungarn, unsere Bündnispartner, dazu unser Vassal Makuren im Süden, ja, wobei der ist jetzt keine wirklich große Hilfe, wenn man ehrlich ist, aber naja, lassen wir einfach mal so dahingestellt. So, wir haben immer noch ein Darlehen, das müssen wir alsbald zurückzahlen, ähm, es kam in den Kommentaren so die, die Frage zum Thema Handel, ähm, das ganze System ist ein bisschen kompliziert, äh, ich habe mir gedacht, okay, ich werde versuchen, hier nochmal ein bisschen drauf einzugehen, man möge mir das verzeihen, all diejenigen, die sich damit bereits auskönnen, ihr könnt ja so lange weghören. So, den Rest lade ich ein, hier dabei zu sein, wenn ich versuche, dieses komplizierte Handelssystem einigermaßen zu erklären. Also, Handel, ähm, es gibt unterschiedliche Handelsumschlagsplätze, bei uns hier zum Beispiel Alexandria, bei den Mameluken ist unser Haupt-Handelsumschlagsplatz. Es gibt, äh, hier drüben Sevilla, bei Spanien, es gibt Bordeaux, die Champagne, es gibt Wien, es gibt den Ärmelkanal, also es gibt eigentlich überall, äh, Handelsumschlagsplätze, und, ähm, diese haben, oder da besteht die Möglichkeit, Geld zu generieren. Ähm, jede Nation hat einen Haupt-Heimatumschlagsplatz, einen Handelsheimatumschlagplatz, da wird immer Geld generiert, an diesen Umschlagplätzen. Es gibt Händler im Spiel, Händler haben zwei, ähm, Aktionen zur Verfügung, einmal Handel abschöpfen und einmal Handel umleiten. Warum ist das wichtig, komme ich gleich dazu. Ähm, schauen wir uns erst einmal unseren Heimat-Handelsumschlagsplatz an, Alexandria. Wir sehen hier, wir haben hier Eingänge in diesen Handelsumschlagsplatz von 5,34 Dukaten, wir haben lokal 3,86 Dukaten, wir haben 5,15 Ausgänge, also insgesamt in Summe haben wir hier einen Handelswert am Umschlagsplatz von 4,05 Dukaten. Das ist das Geld, was an diesem Umschlagsplatz quasi vorhanden ist, dieser Handelswert. Wie wird jetzt dieser Handelswert verteilt auf, ähm, die einzelnen Nationen und Länder? Also man sieht, wir verdienen hier 3,46 Dukaten an diesem Handelsplatz, ne, das ist eigentlich so ziemlich fast das Maximum von dem, was hier, ja, vorhanden ist, ne, das ist schon recht flott. Man sieht hier, Mameluken haben einen Handelseinfluss von 34% an diesem Umschlagsplatz. So, ähm, ja, Hedgers hat 6%, Florenz hat 4%, Venedig hat 7% und, ähm, je nachdem wie groß ein Handelseinfluss ist, bekommst du oder partizipierst du an diesem Handelswert, ne, daran. Ähm, jetzt kommen die Händler ins Spiel. Ich kann jetzt Handel direkt abschöpfen, heißt Geld rausziehen aus diesem Umschlagsplatz oder ich kann Handel weiterleiten. Man sieht es zum Beispiel hier oben in Aleppo sehr schön. Wir haben hier einen Händler, erkennt man an diesem Symbol hier. Der sitzt hier in Aleppo und leitet Handel weiter nach Alexandria, 4,45. Wir haben hier in Aleppo einen Handelseinfluss von 42%. Äh, insgesamt gibt es hier 4,17. Lokal, wir haben einen Eingänge von 0,67, aber der Ausgang 4,41. Das meiste davon steuern wir. Hier, also wir kriegen ja auch nochmal den Bonus, ne. Jetzt würdet ihr natürlich sagen, Moment einmal, wie kann das sein, wenn man insgesamt Ausgang von 4,41 hat und wir leiten hier 4,45 raus. Das geht ja gar nicht, da stimmt ja irgendwas nicht, ne. Ja, es gibt hier, ähm, Modifikatoren, muss man dazu sagen. So, so ganz wirklich kapiert habe ich das auch noch nicht, wie das mit den Modifikatoren, äh, funktioniert. Also es gibt hier für alles und jedes irgendwelche Modifikatoren. Ich fände mich einfach damit ab, dass ich hier 4,45 weiterleite. Und, ähm, ja, dem ist das halt so, ne. Also 4,45 leite ich hier raus, rüberwärts nach Alexandria. Und das ist schon mal recht ordentlich, ne. Wenn man sieht hier Eingänge 5,34, man sieht auch 4,45 kommen alleine von Aleppo. Ähm, das ist schon ein Brett. Also wenn ich das nicht weiterleiten würde, dann hätte ich hier nicht so einen schönen Handelswert von 4,05. Ähm. In meinem Haupthandelshafen schöpfe ich automatisch ab, da brauche ich keinen Händler zu. Ich könnte ja auch den Händler hier drüben jetzt abschöpfen lassen, in Aleppo. Allerdings habe ich dann das Problem, wenn du, wenn ein Händler abschöpft, außerhalb des, ähm, Heimathandelshafen, also hier zum Beispiel in Aleppo, dann gibt es einen bösen Malus und das lohnt sich dann nicht mehr. Es ist also besser, hier direkt Handel weiterzuleiten. Dann macht es Sinn, dass ein Händler abschöpft, nur dann, wenn die, wenn der Handelshafen so weit weg ist von unserem Abschöpferhandelshafen. Ähm, also zum Beispiel hier drüben, hier in, ähm, bei Indus, wenn ich jetzt hier einen Händler sitzen hätte und ich kann hier nichts vernünftig weiterleiten nach Alexandria, dann macht es vielleicht Sinn, hier direkt abzuschöpfen und den Malus in Kauf zu nehmen, weil ich da im Endeffekt mehr verdiene, als wenn ich ihn weiterleite. Also wenn ich jetzt hier einen Händler habe und ich leite weiter hier rüberwärts und leite dann weiter hier rüberwärts und leite dann weiter hier rüberwärts und dann hier rüberwärts, dann hätte ich hier eine ellendlange Handelskette. Das würde sich lohnen, hier weiterzuleiten, das gibt einen guten Bonus. Aber wenn ich halt hier einen sitzen habe und hier niemand und hier niemand und erst hier wieder einen, dann habe ich hier einfach zu viel Luft zwischendrin und dann ist dieser Weiterleitungseffekt null und nichtig und dann macht es mehr Sinn, hier abzuschöpfen. Aber das bedingt natürlich vielerlei Händler, wir haben nur zwei, also stellt sich diese Frage gar nicht. So, wie kommen diese Werte hier zustande? Also Eingänge, Ausgänge, das mit den Eingängern haben wir gesehen, von Aleppo wird weitergeleitet. Ausgang ist das, was hier symbolisiert, doch diese Pfeile rausgeht aus diesem Handelshafen. Wir sitzen jetzt hier in Alexandria, da haben wir vier Eingänge, drei Ausgänge. Ja, es ist natürlich böse, wenn du drei Ausgänge hast. Das ist nicht toll, es gibt Handelshäfen, zum Beispiel hier den Ärmelkanal, der hat keinen einzigen Ausgang, da kommt nur an, da kommen nur Eingänge, das ist natürlich super so ein Handelshafen. Aber gut, wir sitzen halt hier in Alexandria, also müssen wir jetzt damit leben. Wie kommt dieses Lokal zustande? Man sieht hier sehr schön die Provinzen, die Handelswert für diesen Handelshafen generieren. Ja, das ist eine Provinzgeschichte, man sieht das auch hier an dieser farblichen Kennzeichnung, welche Provinzen zu Alexandria gehören, welche zu Tunis gehören, welche zu Safi gehören, welche zu Sevilla gehören. Das ist so farblich schön hervorgehoben in dieser Handelskarte. Und diese Provinzen tragen quasi zu dieser lokalen Produktion bei. Jetzt sollte man versuchen, zu schauen, dass man die Provinzen, die richtig wertvoll sind für den Handel, dass man die kontrolliert. Die erkennt man an diesen Symbolen hier. Nil-Delta-Mündung, Handelseinfluss plus 10. Lokaler Handelseinfluss, das hier. Und wenn man mal hier auf den Handelswert schaut, also wir haben hier 18,4 Handelseinfluss. Handelseinfluss, die Provinz nebenan hat 2,9, toll, super. 2,9, 2,0, 1,4. Also ihr erkennt das, ne? Diese Dinger sind wichtig, da muss man drauf achten. Und diese Provinzen, habe ich schon mal gesagt, da macht es Sinn, auch Marktplätze zu bauen, einfach um den Bonus zu pushen. Und hier macht es auch Sinn, den Stand der Kaufleute reinzusetzen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Aber das gibt auch nochmal Handelseinfluss. Das werden wir hiermit tun. Wir werden an diesen wichtigen Provinzen unsere Kaufleute reinsetzen. So, und in diesen Provinzen ist es auch wichtig, dass man eine möglichst gute Handelsware hat, weil die steigert den Handelswert hier nochmal, ne? Wenn du eine Provinz hast mit einer guten Handelsware, dann drückt das automatisch den Handelswert nach oben. Das ist sehr schön. Gut für den Handel. Gut für die lokale Produktion des Handels, ne? Hierfür. Genau, richtig. Also 3,46 müssen wir uns merken, gell? Wir haben jetzt hier die Kaufleute reingestellt. 3,46. So, dann werde ich die Zeit einmal ein bisschen laufen lassen. Es wird immer zum Monatsanfang neu berechnet. So, was haben wir hier? Moskau sieht Polnisch als Rivale. Krim hat rivalisiert, die Polen. Ungarn hat Böhmen rivalisiert. Dänemark hat Österreich. Ja, alles klar. Viel Spaß. So, also gleiches Monatsende. Moment, wo ist jetzt mein Handel wieder? So, 3,62. Jetzt ist er nach oben gegangen, ne? 4,12. Also ihr seht, was das ausmacht. Ihr seht, was das ausmacht, dass hier der Stand drin ist. Ach ja, Küstenprovinzen geben nochmal den Bonus. Das habe ich vergessen. Auf Handelseinfluss. Also hier seht ihr, wird kontrolliert von Bürgern plus 50%. Bürger ist gleich Kaufleute. Hier. Ist halt eine alternative Bezeichnung. Bürger ist gleich Kaufleute, kann man sich merken. So, Merkantilismus trägt hier ebenfalls zum Handel Bayern. Wenn wir jetzt in unsere Handelstabelle schauen. Wir sind hier schon bei 4,12. Also das hat jetzt schon deutlich was gebracht. Man sollte hier jetzt noch Marktplätze bauen, aber wir brauchen unser Geld momentan zum Schulden zurückzahlen. Ja, ja, ich weiß. Und so funktioniert dieses ganze Handelssystem. Wichtig ist, hier möglichst einen hohen Gesamtwert haben und möglichst einen großen Handelseinfluss haben. Heißt, möglichst viele Gebiete kontrollieren, diese wichtigen Provinzen kontrollieren, wichtige Gebäude in diesen Provinzen bauen, sprich Marktplätze und sowas. Und vielleicht über die Ideen. Wir haben hier zum Beispiel nationale Ideen hier noch Handelseinfluss zu holen oder auch die Handelsideen selbst. Hier gibt es nochmal Handelseinfluss. Also da kann man noch ein bisschen was rausholen. So funktioniert im Endeffekt der Handel, ganz grob erklärt. So. Gut. Ach ja, man kann mit leichten Schiffen zum Beispiel den Handel noch schützen. Das machen wir ja in Aleppo. Ähm, müsste bei lokalen, ne, wo steht es? Hier steht es, genau. Wir schützen hier den lokalen Handel und das gibt uns ebenfalls nochmal Handelseinfluss. 44%. Okay, gut. Sehr schön. So, halt hier sollte man dann auch noch die Burger reintun, ne? Die Kaufleute, jawohl. Oh, hier haben wir natürlich auch mit Seite eine super Handelsware. Also das ist dann schon flott. Habt ihr gesehen, wie jetzt plötzlich der Handelseinfluss hochgeschnellt ist von 16, irgendwas auf 23? Das merkt man, Freunde. Das merkt man. Oh Gott, Blasphemie schon wieder. Pietät. Ja, wir brauchen Pietät. Pietät ist immer gut. Will ich haben. So, wir müssen in der Admin-Tech vorwärts kommen. Ich lege mal den Fokus auf die Admin-Tech jetzt. Da muss nämlich was vorwärts gehen, Freunde, der Nacht. Was haben wir hier? Steuermodifikator. Ja. Will ich auch haben. Ich brauche mehr Admin-Punkte. Ich muss unser Minus da ausgleichen. So, wir sind immer noch im Plus. Genau. Unterhalt ist unten. Wann haben wir eigentlich die Waffenruhe mit Tunesien? Wann läuft die aus? 85. Im November. Also jetzt dann bald. Okay. Ei, ei, ei. Jetzt dann bald. Dann sollte ich mal hier hoch latschen mit meinen Truppen. Bringe ich die Schiffe schon mal in Position. Dann wollen wir hier einen schnellen Schlag gegen Tunesien machen. Und uns die Burschen einstecken. Und uns die Burschen einstecken. Wenn das Land langsam wieder aufgebaut wird, haben wir bei den Botschaftern unseres Vassalen einen bestimmten Gesichtsausdruck bemerkt. Ein Gesichtsausdruck der Einsicht und der Angst, gemischt mit etwas Erleichterung darüber, dass das Land, auf das er blickt, nicht sein eigenes ist. Sie sagen nun, das von uns in Form von Rittersteuer gezahlte Gold, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen, scheint eine geringe Summe zu sein. Ein Betrag, von dem wir uns im Austausch gegen Frieden gerne trennen. Sehr gut. Die Meinung plus 25 von Makurien. Die Rittersteuer. Ja, ja. Ja, das war ja, um möglichst viel Geld noch rauszuholen von unserem Vassalen. Die Rittersteuer. Ja, macht schon ein bisschen was aus, ne? Gut, inzwischen haben sie 3000 Mann. Ich bin am Überlegen, doch so langsam aber sicher, die Freunde in Äthiopien anzugreifen und hier ein paar Provinzen zurückzufordern für unseren Vassalen, ne? Das wäre so eine Überlegung. Ich bringe mal die Truppen da runter. Sicherheitshalber. Ungarn schloss wieder ein Bündnis mit Österreich. Okay. Das ging ja beim letzten Mal neben raus, ne? Die haben ja sich das Bündnis aufgekündigt, die Herrschaften. Auch, dass wir in Österreich so kühn war und hier gemeint hat, sie können ja den Thron beanspruchen. Welch Frevel. Welch dreckiger Frevel. So, was machen unsere Stände eigentlich? Handelseffizienz, Steuermodifikator. Ja, sieht so weit eigentlich gut aus, ne? Ja. Ja. Sieht gut aus. Okay. Kann ich mir eigentlich noch jemand leisten? Rekrutenreserve. Ja. Hol ich mir. Ich brauche hier Rekrutenreserve. Ne, ich brauche den Boost. Ich brauche den Bonus. So, Klempchen baut Spionage-Netzwerk auf. Macht nix. Können Sie ruhig machen. Das habe ich mit der Zeit mal ein bisschen hoch. Geschwindigkeit. Nach oben. So, jetzt muss ich dann aber auch den Unterhalt hochsetzen, ne? Ja. Unterhalt nach oben. Oh, schon ist wieder Minus. Oh, bäh. Hm. Egal. Ich hole mir dann Kriegsteuern. Ich hole mir dann Kriegsteuern, wenn es gegen Tunesien geht und dann passt das schon. Beziehungsweise, Moment. Ich brauche gar keine Kriegsteuern. Dann sehe ich gerade. Ich brauche gar keine Kriegsteuern. Hm. Ne, wir holen uns ja Geld durch Belagerung und alles, ne? Stimmt. So, jetzt, ne? Hol dir die Moral noch schnell. Okay. Dann gibt es hier Kloppe, Freunde. Dann gibt es hier Kloppe. Sie haben noch kein Bündnis. Oh, sie haben Stufe 6 schon. Also, so wie wir. So, jetzt muss doch die, der Unterhalt mal oben sein hier. Jawohl, Moral ist oben. Dann können wir jetzt endlich Krieg erklären. So, Freunde. Jetzt seid ihr fällig. Tunesien. Auf Wiedersehen. Servus. Wir verabschieden uns. Jawohl. Die Handelsschiffe haben wir schon mal Plagg gemacht. Die Truppen werden jetzt auch ziemlich schnell weggeraucht. Ja, das war's, mein Gott. Peinlich, ne? War eine peinliche Vorstellung, Leute. Die Moriden-Spionage-Netzwerk ist okay. Venedig embarkiert Mailand. Oh ja, wir können ja noch ein Embargo gegen Venedig machen, ne? So, die letzten 1000 Mann rauchen wir auch noch schnell weg. Jawohl. Alles klar. So. Und ihr latscht bitte herunterwärts. Ne, weil wir haben hier unten noch ein kleines Rebellen-Problem. Darf man nicht außer Acht lassen. Heißt, wenn die Rebellen hier kommen, dann müssen wir wahrscheinlich auch mal schnell dazwischen kloppen. So. Zwei Provinzen sind schon bereits erfolgreich belagert. Ferrara. Moment, Ferrara stellt Anspruch fingieren. Das haben wir ja gemacht, weil wir gehofft haben, dass wir hier eventuell einen Krieg zwischen Frankreich und Aragon provozieren können, dass dieses Bündnis aufbricht. Weil ja Ferrara verbündet ist mit Aragon, aber nicht mit Frankreich. Das wäre jetzt so die Idee, die dahinter steckt. Weil Aragon-Frankreich ist ein böses Bündnis, speziell gegen den Österreichern. Und das wollen wir natürlich nicht... Nein, das wollen wir möglichst vermeiden. So, Tunis. Okay, Seeblockade scheint zu wirken. Das ist sehr schön. Naja, neue Technologie ist klar, wollen wir nicht. Nö, nö, lass gut sein. Was denn da drüben los? Achso, okay, Kastilien verliert hier gegen Genua. So ein Pech. Äthiopien klopft sich mit Jemen, Haas und Hedgers. Nö, ist auch nicht unser Problem, ne? Na Gott, der Osmani hier mit seinen 30.000 Mann, das finde ich nicht gut, was der da macht. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht gut. Was macht unser Darlehen eigentlich? Jawohl, Darlehen zurückzahlen. Sehr schön. Heißt, die Zinsen sind beim Teufel. Jawohl. Keine Zinsen mehr, alles ist gut. Gott lobt schuldenfrei, liebe Freunde. Gott lobt schuldenfrei. So. Tempo ein bisschen nach oben. Na, wir wollen die Belagerung durchbringen. Jawohl, alles klar. Belagerung ist durch. Heißt, Frieden verhandeln mit Tunesien. Ihr werdet Vassal von uns und zahlt uns noch Geld. Alles klar. So. Ne, weil ich kann es momentan nicht einstecken. Warum? Weil ich die Admin-Punkte für was anderes brauche. Deswegen. Ich brauche die Admin-Punkte, weil wir hier ja im Rückstand sind. Und ich will die Stufe 4 haben. Ganz wichtig. In drei Jahren ist es soweit. Ich brauche die Stufe 4. So. Okay, dann würde ich sagen, tun wir mit Frankreich mal noch die Beziehung verbessern. Das schadet bestimmt auch nicht. Was ist mit Ungarn eigentlich? Da könnten wir auch mal die Beziehung verbessern. Dass uns dieses Bündnis nicht wegbricht. 18.000 Mann stehen hier bei vollem Unterhalt. Jetzt können die Rebellen kommen wegen mir. Wir sind hier schon bei 90%. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Rebellen jetzt kommen werden. Schmuggler 3 mehr Unwesen. Oh Gott. Wie war das mit den Schulden? Nö. Ich warte einfach mal ab. Ich warte einfach mal noch schnell ab. Muss ich ja hoffentlich nicht jetzt schon anklicken, oder? Nö. Okay. Das setze ich jetzt mal kurz aus. Bis ich mir das leisten kann. Na, wo bleiben jetzt die dreckigen Rebellen? Hm? Okay. Beziehung mit Frankreich. Passt soweit. Dann können wir jetzt mit Tunesien unsere Beziehung verbessern. Jawohl. Beziehung verbessern. Waffensstillstand mit... Oh, jetzt haben wir den Kredit doch aufgenommen. Verdammt. Verdammt. Mist. So ein Mist. Ja, wie war das mit Gottlob schuldenfrei? Na ja, schon zahlen wir wieder dicke Zinsen. Na, zum Gott sei echt. Mist. Ja, es hätte so einfach sein können. Oh, wir können verwestlichen. Sehr gut. So, genau. Schicken wir mal hier so einen kleinen Diplomaten, sondern einen kleinen Missionar hin. So, Raubritter. Wir kriegen Grundsteuer oder Grundproduktionen. Wahrhaft. Äh. Oh, es war hart. Hier, okay. Mei, das ist glaube ich gerade wurscht hier, oder? Das ist doch völlig egal. Das ist doch völlig egal. Hm. Das ist doch Jacke wie Hose, glaube ich. Äh, machen wir Grundsteuer. Ist doch wurscht. Das ist doch gerade egal. So. Fahrrad. Große Provinz. Mein Gott. So. Ne? Wen interessiert das? Mich interessiert vielmehr unser Darlehen. Jawohl, die Rebellen sind endlich da. Endlich. Mein Gott. Dass ich dir so mal sage, die Rebellen sind endlich da. Hätte ich auch nie gedacht. Die Rebellen sind endlich da. Jawohl. Dreckige Rebellen. Gott sei Dank. Ist doch Zeit geworden. So, da sind sie weggeklatscht, die Burschen. Man dürfte mal hier rüber wackeln. So. Bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Oh, oh. Unsere Rekruden, ey. Mein Gott. Ethiopien tut mal wieder böse Ansprüche fingieren. Der Osmani ist auch schon wieder böse. So. Aragon hat Portugal rivalisiert. Frieden mit Kastilien. Aragon drückt Kastilien. Bla, bla, bla. Und Kastilien? Was? Hat Kastilien gewonnen? Echt? Wow. Respekt. Kastilien holt sich Provinza zurück. Ihr seid ja klasse, Jungs. Bin schwer begeistert da. Bin sehr schwer begeistert. Mein Gott. Hättet ihr nicht das Bündnis mit Frankreich auflösen können, ihr Deppen? Also Kastilien, das verstehe ich nicht ganz, aber macht ja nichts. Man muss ja nicht alles verstehen. Man muss ja nicht immer alles verstehen. So. Wir kriegen Pietät. Jawohl. Das nehme ich doch gerne. Bin absoluter Freund von Pietät. Sowas finde ich gut. Ungarn auf Maximum. Dann könnten wir eigentlich mit Merkurien... Nö, brauchen wir eigentlich nicht, gell? Ne. Scheiß, da alle in echt. Mann, 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 da echt. Äh. Dreckiges kleines Darlehen. Wie viel Überdehnung haben wir eigentlich? Nix mehr, oder? Ne, wir haben keine Überdehnung mehr. Wir können verwestlichen. Ja, richtig. Mein Problem ist, verwestlichen erzeugt jede Menge Unruhe. Verteuert die Berater. Ich hätte gerne zuerst, ähm, Diplotech hier oben auf Level 4, bevor ich das mache. Das wäre mir ganz wichtig. So, Äthiopien. Ihr seid immer noch... Ne, ihr seid nicht mehr im Krieg. Okay. Die haben hier ordentlich was rausgeholt, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, wir erklären Äthiopien den Krieg. Rückeroberung, Kernprovinzen. Auf geht's. So, wir holen uns hier unseren... Thronmeister. So, kollektives Vorrücken, bitte. Tunesien ist dabei, okay. Moment, Tunesien ist doch illoyal. Die werden nicht dabei sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die dabei sind im Krieg. Ich glaube, das war gerade ein Fehler. Ah, wobei, es wird angezeigt, witzigerweise. Okay. So, was, die haben... Die haben gerade einmal 13.000 Mann. Okay, das ist nicht viel, ne? Ne. Das ist nicht viel. Da kommen 10.000. Jawohl. Okay, ist besetzt. Wo wollt ihr hin? Darüberwärts. Hm. Wo wollt ihr hin? Da darf ich nicht hin. Da wird gekloppt. Da muss ich aufpassen. So. Hier wird gekloppt. Und dann wird hier auch gekloppt. Mal versetzen uns hier mal hier an ein kleines... In eine kleine Schlacht, würde ich sagen. Österreich hat Osmanen rivalisiert. Das ist sehr schön. Österreich wird Verträge mit England aufkündigen. Okay. Sehr gut. Das hier ist sehr wichtig, weil das gibt hier nochmal einen Beziehungsplus. Genau. Wir hatten ja dieses minus 25 Allianz mit Rivalen. Aber dadurch, dass wir gemeinsame Feinde haben, gleicht sich das fast aus. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Wieso latschen die jetzt hier oben durch? Was soll denn der Blödsinn? Wo wollten ihr hin eigentlich? Hm. Ich glaube, ich muss euch noch holen da oben. Ihr spinnt ja. Ihr spinnt ja komplett. Ach, jetzt latschen sie da rüber. Okay. Bleib doch mal stehen, Mensch. Dieses Versteckspiel nützt doch keinem. Oh, England muss Provinzen an Schottland abdrehen. Frankreich hat Österreich rivalisiert. Nein. Jetzt haben wir natürlich bei Frankreich hier auch diese minus 25. War fast zu erwarten, dass das kommt. Ja. Es war fast zu erwarten, dass das kommt. So, jetzt aber. Große Schlacht hier in Beja. Jawohl. Sehr gut. Ihr hupft da noch mit. Oder ihr hupft da rüber. Genau. Könnt noch ein bisschen belagern. Kulturelle Unruhe. Oh Gott. Lokale Autonomie in SAP. Lokale Unruhe. Ja, das ist gerade wurscht eigentlich, gell. Weil die Provinz hat eh schon 75%. Da holen wir nichts mehr raus aus der Provinz. Da ist gerade egal. So, ihr flüchtet. Da runterwärts. Ja, komm mal. Stopp, stopp. Ich tue es nochmal hier. Die 2000 Mann wegklatschen. Okay. Mauerbruch. Mauerbruch ist schon da. Das ist sehr positiv. Portugal hat Marmelucken rivalisiert. Oh Gott. Okay, jetzt wird es lustig. Jetzt wird es lustig, glaube ich. Jetzt wird es lustig, Freunde. Jetzt wird es ganz lustig. Oh Mann, Portugal. Ja, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Das habe ich nicht gebraucht. Nee. Ist Portugal noch verbündet mit Kastilien? Ja, sind sie noch. Okay. Kastilien fühlt sich von uns jetzt schon bedroht. Wir scheinen eine ernste Gefahr zu sein für die Herrschaften. Das ist ja spannend. Die ersten westlichen Mächte wenden sich uns zu, liebe Leute. Tja, wie wird es weitergehen? Das ist die Frage hier bei Europa und über Saales 4. Ich schaue nämlich auf die Unstelle fest. Wir sind eigentlich schon wieder am Ende einer Folge. Ja, deswegen. Für heute machen wir Schluss. Ja, ich hoffe, das mit dem Handel war okay, dass ich da ein bisschen drauf eingegangen bin. Falls noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich bin raus für heute. Ich bedanke mich für immer für's dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.